In diesem Video gebe ich Ihnen eine kurze Einführung in Creo 7 für Anfänger, blutige Anfänger, aber jeder muss einmal beginnen. Wir werden das dann gleich anhand eines Beispiels ein wenig üben. Ein einfaches prismatisches Werkstück. Nach Vorlage werden wir das dann nachmodellieren und auch gleich die Zeichnungserstellung üben. Grund auf Seitenriss ganz einfach gehalten mit verdeckten Kanten und Darstellung der Bemaßung und einem vollständig ausgefüllten Schriftfeld. Wenn Sie Creo installiert haben, nach Anleitung, es gibt ein Anleitungsvideo für die Installation von Creo 7 mit der HTL-Umgebung, das verlinke ich vielleicht gleich rechts oben, finden Sie entweder zwei oder vier Desktop-Verknüpfungen auf Ihrem Desktop. Diese beiden Desktop-Verknüpfungen, damit starten Sie Creo 7 bzw. Creo 7 in Englisch. Und wenn Sie die Frage, wollen Sie die Windchill-Konfiguration-Verknüpfung auch haben, mit Ja beantwortet, haben, finden Sie auch diese beiden Verknüpfungen. Das ist Creo 7 in Verbindung mit Windchill, dem Product Lifecycle Management System von BTC. Starten Sie Creo ausschließlich über diese Desktop-Verknüpfungen. Mit diesen Desktop-Verknüpfungen werden Konfigurationen im Hintergrund angezogen. Damit haben Sie dieselbe Konfiguration wie in der Schule, sprich Startteile, Zeichnungsrahmen, sonstige Einstellungen. Sie arbeiten in Millimeter und dergleichen. Starten Sie also Creo niemals aus dem Startmenü heraus. Starten Sie Creo niemals durch das Doppelklicken auf einen Teil oder eine Zeichnung. Ich weiß, man ist das so gewohnt, aber Sie müssen sich vorstellen, arbeiten Sie in einer Firma, arbeiten Sie für mehrere Kunden, müssen Sie mehrere Konfigurationen im Hintergrund ablegen können. Und das machen wir auch. Wir haben unsere eigene Konfiguration für unsere HTL-Umgebung und diese wird angezogen, wenn Sie diese Desktop-Verknüpfungen ausführen. Wir starten also Creo durch einen Doppelklick auf Creo 7. Creo 7 ist mit unserer Umgebung gestartet. Es ist auch ein Browser, ein integrierter Browser, der sich hier öffnet, den wir aber vorrangig dann für Windchill nutzen. Sie können hier links oben, ich weise gleich darauf hin, das sind hier Map-Keys, die wir für unsere Umgebung dazu gebaut haben. Hier haben Sie die Möglichkeit, Bauteile zu öffnen, neue Bauteile zu erstellen und, ganz wichtig, mit dem starten wir jetzt als allererstes, ein Arbeitsverzeichnis auszuwählen. Creo startet aus einem Verzeichnis heraus, bei Ihnen zu Hause, liegt dieses Verzeichnis auf C, BTC, Creo 7 Work. Das ist Ihr Startarbeitsverzeichnis, das wurde in unserer Umgebung mit unserem Startfeil so eingerichtet. Aus diesem Verzeichnis heraus startet Creo automatisch, findet dort Konfigurationsdateien im Hintergrund. Damit ist Creo dann so konfiguriert, wie Sie es in der Schule gewohnt sind. Wir starten also gleich ohne langes Herumgerede mit dem Festlegen eines Arbeitsverzeichnisses. Ich wähle also hier oben, das Arbeitsverzeichnis ist momentan Creo 7 Work. Legen Sie hier ein neues Arbeitsverzeichnis fest, rechte Maustaste, neues Arbeitsverzeichnis, in dem Fall einen neuen Ordner festlegen und nennen Sie diesen Übung unter Strich 1. Gewöhnen Sie sich an, keine Sonderzeichen, keine Leerzeichen, keine Umlaute und dergleichen, lediglich sinnvolle Benennungen. Mit OK bestätigen Sie das und wir haben jetzt unser Arbeitsverzeichnis festgelegt. Ich habe mein Arbeitsverzeichnis jetzt an einen anderen Ort gelegt, bestätigen Sie das mit OK. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz ein paar Infos geben. Schauen Sie sich das mit Ruhe an und dann starten wir gemeinsam mit der Übung 1. Ich öffne jetzt ganz kurz unseren Bauteil, den wir bearbeiten wollen und anhand dieses Bauteils, der Übung 1, der prismatischen Werkstücke, zeige ich Ihnen ein wenig so die wichtigsten Elemente. Wir haben hier oben die bekannte Rippen-Oberfläche, die wir aus den Office-Paketen her können. Je nachdem, was wir gerade machen, müssen wir dementsprechend hier diese Rippens ändern. Ich sage es gleich vorweg, wir werden großteils im Modell und in der Analyse uns bewegen. Hier links der Modellbaum. Auch bei der Installation habe ich schon darauf hingewiesen, wenn Sie einen Bauteil neu erstellen, muss hier in unserer Umgebung rechts oben vorne und dergleichen dabei stehen, dann ziehen Sie die richtige Umgebung, den richtigen Startteil. Ganz wichtig, hier wird im Modellbaum mit dokumentiert, was Step by Step erstellt wurde. Man sieht hier, es wurde ein Basiskoordinatensystem erstellt, drei Ebenen rechts oben vorne. Es wurden drei Achsen erstellt und drei Profile. Aus diesen Profilen wurde dieser Bauteil erstellt. Mittlere Maustaste dreht einen Bauteil. Das Scrollrad zoomt immer um den Mauszeiger-Mittelpunkt. Und Shift-Taste gedrückt halten und mittlere Maustaste schiebt den Bauteil. Also ich wiederhole, mittlere Maustaste dreht, das Scrollrad zoomt und Shift-Taste oder auch Umschalt- oder Großschreibtaste genannt, halten und mittlere Maustaste gedrückt halten. Dann können Sie den Bauteil schieben. Hier oben haben Sie die Möglichkeit, mit dieser Lupe den Bauteil am Bildschirm einzuzentrieren, die Baugruppe einzuzentrieren. Hier mit diesem Scheibenwischer einen Bildaufbau vornehmen. Ab und zu bleiben so kleine Grafikfetzel irgendwo hängen, dann kann man hier einen neuen Bildaufbau machen. Für uns wichtig sind hier die Darstellungsmöglichkeiten. Schattierung mit Kanten oder nur sichtbare Kanten. Oder Sie haben die Möglichkeit, das komplette Drahtmodell darzustellen. Wir werden aber hier großteils Schattierung mit Kanten arbeiten. Wenn schon 3D, dann richtig 3D. Rechts daneben die einzelnen Ansichtsmöglichkeiten. Das sind vordefinierte Ansichten. Hinten, links, oben, rechts, vorne, unten. Heißt aber, das muss jetzt nicht unbedingt die vorne Ansicht des Bauteils sein, sondern die vorne Ansicht heißt, wir drehen die vorne Ebene parallel in den Bildschirm und schauen im rechten Winkel auf die vorne Ebene. Das kann die vorne Ansicht des Bauteils sein, das muss sie nicht sein. Je nachdem, wie man den Bauteil hier in den 3D-Raum hinein modelliert. Rechts wäre dann von rechts angeschaut und dergleichen. Wir haben hier noch den Ansichtsmanager. Da können wir solche Ansichten definieren. Hier das Aus- und Einblenden von Bezugselementen. Ebenen, Achsen, Punkte und dergleichen. Können Sie auch ausprobieren. Ebenen aus- und einblenden. Achsen aus- und einblenden. Bezugspunkte haben wir momentan keine zur Verfügung. Bezugskoordinatensysteme. Und hier gibt es ein Menü, wo man alle aus- und einblenden kann. So, das ist einmal so das Allerwichtigste. Vielleicht ganz kurz, wenn man so Profile erstellt hat. Wie kann man diese ändern? Wie kann man damit arbeiten? Im Modellbaum wird Step by Step mitdokumentiert, was wird gemacht. Und dieser Modellbaum wird auch zeitlich von oben nach unten durchgerechnet. Man kann hier diese Einfügelinie auch nehmen und sich jetzt zeitlich an einen anderen Einfügepunkt im Modellbaum stellen. Das heißt, ich bin jetzt danach dem Profil 1 und kann hier ein weiteres Konstruktionselement einfügen. Also diese Einfügelinie kann man verändern. Solche Profile, einen Linksklick drauf, hat man die Möglichkeit, diese zu ändern, also zu editieren mit dem Maßpfeil. Eine komplette Definitionedition mit diesem Kreisel und dem Pfeil hier. Also das heißt, klicke ich hier auf die Maßlinie, also Maßpfeil. Dann werden mir die Bemaßungen hier angezeigt. Und mit einem Doppelklick auf das Maß kann ich dieses hier verändern. Nach solchen Änderungen sollte man immer den Bauteil regenerieren. Das finden wir hier oben einmal als Mapkey herausgelegt, beziehungsweise hier links regenerieren. Der Profi drückt die STRG-G-Taste für regenerieren. So ändert das wieder zurück auf 35. So ein grober Überblick über Creo, wie man startet, wie man Bauteile dreht und zoomt. Die Ansichtsdefinition einpassen in den Bildschirm, die Lupe hier. Die verschiedenen Ansichtsmöglichkeiten, Darstellungsstile, das Aus- und Einblenden von Bezugselementen. Und ich würde meinen, wir starten gleich mit der Konstruktion dieses Bauteils. Sie haben Ihr Arbeitsverzeichnis festgelegt und wir beginnen mit der Arbeit laut Vorlage. Wir kontrollieren trotz alledem noch einmal das Arbeitsverzeichnis. Klicken hier oben auf Arbeitsverzeichnis wählen. Und hier sollte bei Ihnen Creo 7 Work und Übung 1 stehen. Wenn das noch nicht steht, Arbeitsverzeichnis wählen, Rechte, Maustaste, einen neuen Ordner erstellen. Geben Sie dem Ordner den Namen Übung 1 und dann wird das als Arbeitsverzeichnis ausgewählt. Wir erstellen einen neuen Bauteil, also Neuteil, Volumenkörper und vergeben hier den Dateinamen. In unserem Fall 21A01, Bindestrich Ihre Katalognummer, Bindestrich 10.000 und 01. Das können Sie auch hier aus der Angabe ablesen. Hier ergänzen Sie nicht 12, sondern 21. A0199 ist meine Katalognummer. Hier verwenden Sie Ihre Katalognummer laut Klassenliste immer zweistellig. 10.000 und 01. Warum wir die Teile so benennen, das werden wir dann klären, wenn wir Baugruppen erstellen. Wir verwenden ausnahmslos die Standardschablone. Hier sind viele Dinge bereits vorgefertigt hinterlegt. Und beginnen diesen Bauteil mit OK. Schalten hier oben einmal die Bezugsebenen ein. Wir sehen links unseren Modellbaum. Aus der Standardschablone heraus wurden eben bereits diese Ebenen und Achsen erzeugt. Noch einmal zur Wiederholung. Mittlere Maustaste dreht, das Scrollrad zoomt und die Shift und mittlere Maustaste schiebt. Wir werden jetzt Stück für Stück diesen Bauteil Übung 1 aufbauen. Ein prismatischer Körper. Wir werden also den aus drei einzelnen Profilen aufbauen. mit sogenannten Skizzen basierten Konstruktionselementen. Was heißt das? Stellen Sie sich vor, wir wollen jetzt einen Quader erstellen mit den Abmessungen 50 x 35 x 15. Dazu zeichnen wir, gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Wir zeichnen hier in die Mitte ein Rechteck. In der Vorne-Ebene mit den Abmessungen 50 x 35. Und werden das dann symmetrisch auf beide Seiten auseinanderziehen. Und es entsteht dadurch ein Volumenkörper. Wir können also hier positive Körper mit dieser Variante aufbauen. und umgekehrt werden wir das auch nutzen, um dann negative Körper aufzubauen, sprich Volumen abzuziehen. Und wir konstruieren dann in weiterer Folge hier unten ein Rechteck. Durch auseinanderziehen, schneiden wir etwas weg und dasselbe machen wir hier oben. Wir skizzieren hier dieses Dreieck, ziehen es auch auf beide Seiten auseinander und schneiden dabei Material weg. Fertig ist unser Bauteil. Worauf wir besonders achten? Auf die Bemaßung im Skizzierer, weil wir genau diese Bemaßungen, so wie sie hier dargestellt sind, dann letztendlich auf der Zeichnung einfach nur anzeigen lassen wollen. Müssen wir also im Skizzierer bereits alles richtig bemaßen. Dann brauchen wir in der Zeichnung nur noch die Maße anzeigen zu lassen. Fertig ist die Zeichnung. Wir wählen alle gemeinsam die Standardorientierung, schalten also hier um auf Standardorientierung, wählen die vorne Ebene. Ebenen werden immer selektiert an ihrer Umrandung oder am Namen, beziehungsweise können Sie diese auch im Modellbaum teilweise selektieren. Wir selektieren sie jetzt gleich hier. Im Arbeitsfenster hat den Vorteil, es kommt hier dann gleich ein Kontextmenü, aus dem heraus wir die wichtigsten Features starten können. Für uns die wichtigsten Features jetzt der Skizzierer und danach das Profil. Das finden Sie auch hier oben im Menü, die Skizze und dann werden wir aus dieser Skizze ein Profil erstellen. Es gibt zwei Möglichkeiten, ich sage es gleich vorweg. Man erstellt vorher eine Skizze, sagt danach, was man tun möchte oder man erstellt gleich ein Profil und erstellt innerhalb des Profils eine interne Skizze. Wir werden beide Varianten kennenlernen. Jetzt wollen wir mal einfach vorne Ebene selektieren, Skizze wählen. Das System dreht automatisch parallel in den Bildschirm herein. Wenn wir das System durch die Maus verdrehen, haben wir jederzeit die Möglichkeit, rechte Maustaste wieder hineindrehen in die Skizzenansicht. Rechte Maustaste heißt, ein bisschen länger müssen Sie hier auf der rechten Maustaste oben bleiben, wie gewohnt. Oder Sie finden dieses Icon auch hier oben. Eindrehen in die Skizzenansicht. Dabei wird eben die Skizzenebene parallel zum Bildschirm orientiert. Sie können ganz normal scrollen, Sie können mit der Shift-Taste verschieben und wie gesagt, wenn Sie herausdrehen, wieder in den Bildschirm senkrechte Ansicht hineindrehen. Das System hat bereits automatisch zwei Referenzebenen angenommen. Warum tut es das System? Jeder Punkt muss im Raum durch drei Koordinaten über kathesische Koordinatensystem definiert sein. Der Abstand zur Skizzebene ist 0, das ist die erste Koordinate und das System nimmt sofern möglich zwei weitere Bezugsebenen, Punkte, Achsen, was auch immer, als Referenzen an. Und jeder Punkt, jedes Element wird dann zu diesen Referenzen automatisch bemaßt. Das heißt, Creo bemaßt und bedingt über den Absichtsmanager alle Elemente, die Sie zeichnen. Ob das jetzt unseren Vorstellungen entspricht, wird sich zeigen. Gegebenenfalls müssen wir Dinge dann abändern. Sie finden hier oben im Skizzerer die verschiedensten Elemente, Linien, Rechtecke, Kreise, Bögen, whatever. Wir werden Sie so kurz erklären, wie wir sie brauchen. Ganz wichtig sei, noch erwähnt, die Mittellinie. Achtung, hier gibt es zwei Varianten. Einmal die normale Konstruktionsmittellinie und einmal hier links die Mittellinie für rotationssymmetrische Werkstücke beziehungsweise bei Punkten auch zwei Varianten. Einmal den Geometriepunkt und einmal sozusagen den Konstruktionspunkt. Der Geometriepunkt erscheint dann auch im 3D als tatsächlicher Punkt. Der Konstruktionspunkt dient nur zur Hilfe und Unterstützung in der Skizze. Ganz wichtig, auch hier die Bedingungen. Wir können Elemente aufeinander in Beziehung setzen. Sprich, diese beiden sollen rechtwinklig zueinander sein. Diese beiden sollen die gleiche Länge haben. Diese sollen parallel zueinander sein. Diese sollen tangential aufeinander sein und dergleichen. Diese Bedingungen finden Sie entweder hier oben oder auch dann auf der rechten Maustaste. Und hier noch die Bemaßungen, wenn wir händisch bemaßen wollen. Entweder hier oben im Menü oder wieder auf der rechten Maustaste. Ich arbeite verstärkt mit dem Kontextmenü. Rechte Maustaste. Etwas länger oben bleiben. Wir starten hier mit der Konstruktion eines Rechtecks. Rechte Maustaste. Rechteck. Wenn Sie in die Nähe einer Referenz fahren, wird es Sie automatisch dort fangen. Das will ich. Ich klicke also hier einmal mit der linken Maustaste. Lass mich auf der horizontalen Referenz fangen. Fahr diagonal nach oben und setze das Rechteck einfach ab. Bin immer noch im Modus des Rechteckzeichnens. Die mittlere Maustaste bricht diesen Modus ab. So, jetzt haben wir drei Maße. Einmal eine Höhe, einmal eine Breite und einmal ein Maß. Von dieser Kante bis zur Mitte ist das positioniert, das Rechteck. Und Sie sehen auch hier Bedingungen. Das heißt, der Absichtsmanager von Creo hat angenommen, wir wollen diese Linie vertikal zeichnen. Und hat sie exakt vertikal gemacht. Das ist das Symbol dafür. Horizontales Symbol. Und dieses Element, dieses Symbol deutet darauf hin, dass der Punkt, mit dem wir das Rechteck gestartet haben, deckungsgleich, das heißt genau auf der horizontalen Referenz liegt. Wir wollen jetzt aber, dass dieses Rechteck völlig symmetrisch aufgebaut ist um die Mitte. Dazu verwenden wir eine Symmetriebedingung, rechte Maustaste. Symmetriebedingung ist hier das zweite Element von links oder eben hier oben die symmetrische Bedingung. Symmetriebedingung heißt, man wähle eine Referenz und zwei Punkte, die symmetrisch zu machen sind. Also die Referenz ist hier die Mitte und links und rechts, die beiden oberen Punkte sollen symmetrisch gemacht werden. Und auch hier wieder das Symbol, zwei Pfeile, die sich gegenseitig anschauen, sind also symmetrisch die Punkte. Wenn man auf solch eine Bedingung, Achtung, wir sind jetzt immer noch im Befehl Symmetrie drinnen, will ich das abbrechen, einmal mittlere Maustaste, dann ist das abgebrochen. Klickt man jetzt auf so eine Bedingung drauf, beziehungsweise fährt drüber, dann wird nicht nur die Bedingung aktiviert, sondern auch die Elemente, die diese Bedingung erfüllen. Damit man auch weiß, wer gehört hier zu dieser Bedingung dazu. So, Rechteck ist fertig definiert. Doppelklick auf das Maß, 35 Breite, Doppelklick auf das Maß, 50 Millimeter Höhe. Und wir wollen das Ganze mit der Lupe im Bildschirm einpassen. Zeichnung, Rechteck ist fertig. Rechte Maustaste, das Häkchen oder rechts oben mit OK bestätigen. Die Skizze ist nun vorab ausgewählt. Mit ausgewählter Skizze wollen wir ein Profil erstellen. Ich erstelle also ein Profil. Wir haben bei diesem Profil jetzt die Möglichkeit mit dem Pfeil die Richtung umzuschalten. Sie können vorn am Ziehhändel das einmal in eine bestimmte Tiefe ziehen. Können hier mit Doppelklick auf das Maß den Wert ändern. Diese Möglichkeit haben Sie auch hier heroben. Auch hier können Sie die Richtung umschalten. Das Maß ändern. Über Optionen haben Sie auch die Möglichkeit, das Ganze nicht nur in eine Richtung aufzubauen, sondern es gibt auch eine zweite Richtung. In dem Fall hier nach hinten. Auch hier kann man die Tiefe wieder ziehen. Oder über das Maß eingeben. Dasselbe finden Sie auch auf der rechten Maustaste. Ich habe eine zweite Seite oder ich habe keine zweite Seite. Und die Tiefenbegrenzung besteht, hat man auch hier die Möglichkeit über Eingabe eines Maßes. Oder was wir eigentlich wollen, wir wollen einen symmetrischen Aufbau der Dicke von 15 Millimetern. Also entweder klickt man hier oben das Icon Symmetrie. Oder wir definieren unter Optionen Symmetrie. Oder wir definieren in der rechten Maustaste Symmetrie. Je nachdem wie Sie wollen, gewöhnen Sie sich an mit dem Kontextmenü zu arbeiten. Rechte Maustaste symmetrisch. Sie sehen jetzt, es wird symmetrisch aufgedickt, wenn Sie das halten und ziehen. Doppelklick 15 Millimeter. Oder mittlere Maustaste bestätigt, beziehungsweise OK bestätigt. Drehen wir das wieder in die Standardorientierung herein. Das ist jetzt unser Grundquader. Im nächsten Schritt wollen wir hier wieder in der Vornebene dieses Rechteck mit 10 mal 20 zeichnen. Und dabei jetzt aber Material entfernen. Das Ganze machen wir jetzt mit einem Profil. Ich wähle also die Vornebene wieder an. Und gehe gleich auf Profil zeichnen. Damit wir sehen, OK, gleich ein Profil mit interner Skizze. Er dreht uns wieder parallel zum Bildschirm. Das kann man natürlich alles noch umändern, umorientieren. Auf das möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel jetzt am Anfang. Was wir aber wollen, wir wollen diese Fläche als Referenz, weil wir wollen unser Rechteck genau an dieser Referenz fangen lassen. Dazu verdrehe ich das ein wenig, dass ich sicher die Fläche wähle. Rechte Maustaste, Referenzen selektieren. Also Referenzen. Diese Fläche möchte ich als Referenz. Er schreibt auch im Referenzfenster hier rechts oben. Er hat das Profil, die Fläche 9 vom Profil 1 als Referenz gewählt. Das passt. Rechte Maustaste, Skizzenansicht. Damit ist es wieder richtig orientiert. Rechte Maustaste, Rechteck zeichnen. Ich starte jetzt unten. Lasse ich mich genau in diesem Eckpunkt fangen. Und starte nach rechts oben. Achtung, ein Fehler. Man lässt sich hier jetzt auf der Mittenreferenz fangen. Damit fehlt dann das Maß von 20 mm, das ich dann nicht setzen kann. Kann natürlich die Bedingungen wieder weglöschen, bemaßen und so weiter. Also jetzt schon beim Zeichnen darauf achten, dass er mich nicht irgendwo an einer Referenz fängt, die ich nicht haben möchte. Setzt das Rechteck irgendwo ab. Mittlere Maustaste bricht ab. Das System bemaßt jetzt für uns auch schon richtig. 10 mm Höhe. 20 mm Breite. Wir sehen, wir haben das genau in die Mitte gezeichnet, in die vorne Ebene hinein. Okay oder rechte Maustaste Häkchen bestätigt. So, das System erkennt jetzt, die Skizze ist genau im Bauteil, im Körper und schaltet automatisch um auf Materialentfernen. Tut es das nicht, weil die Skizze teilweise außerhalb des Materials liegt oder auf einer Fläche drauf liegt, muss man hier aktiv auf Materialentfernen umschalten. Geht natürlich auch, rechte Maustaste. Materialentfernen. Auch hier gibt es wieder eine Seite, zwei Seiten. Bei der Seitenbegrenzung, die man übrigens auch hier am Ziehhändel definieren kann, kann man entweder sagen, durch alle in unserem Fall jetzt, dann schneidet er durch alles durch, was er auf dem Weg hier findet. Machen wir das einmal hier in die eine Richtung. Rechte Maustaste, ich will eine zweite Seite und in der zweiten Seite wieder durch, alle. Schneidet er jetzt da alles durch, was er auf dem Weg zu diesem Zeitpunkt findet. Mittlere Maustaste bestätigt. So, und dasselbe machen wir jetzt da oben mit dem Dreiecksausschnitt. Hier will ich wieder eine externe Skizze zeichnen, wenn Sie hier übrigens den Modellbaum sich anschauen. Wir haben eine Skizze gezeichnet und ein Profil, das von dieser Skizze abhängig ist. Wie sieht man das? Skizze 1, Skizze 1. Und das Profil 2 hat eine interne Skizze. Über Definition editieren, kommt man in die Definition solch eines Profils wieder hinein. Also wer jetzt da während dem Arbeiten hier irgendwie hinausgefallen ist. Profil, das Kreis mit dem Pinsel, kommen Sie wieder in die Definition des Profils. Und hier über die rechte Maustaste haben Sie auch die Möglichkeit, auf die Skizze wieder zuzugreifen, indem Sie einfach hier den Skizzierer selektieren und schon sind Sie in der für dieses Profil zuständigen Skizze. Sie können das abändern, editieren, wie auch immer. Mit OK kommen Sie in die Definition vom Profil und mit mittlerer Maustaste bestätigen Sie das. Wenn Sie dieses Profil 1 ändern wollen, von der Skizze her, muss es die Skizze sein, die man ändern möchte, weil die steuert dieses Profil 1. Und jetzt, diese wurde auch automatisch ausgeblendet. Wenn man hier mit der linken Maustaste draufklickt, hat man eben auch Möglichkeiten, diese Skizzen ein- oder auszublenden. Das Auge blendet ein, das durchgestrichene blendet aus, dieses hier wechselt sozusagen. Also ich kann diese Skizze auch einblenden. Dann sieht man jetzt hier die dargestellte Skizze, beziehungsweise wieder ausblenden. Wir schalten also unsere Ebene ein, werden wir mal zwischendurch speichern. Speichern heißt einfach hier oben die Diskette, die viele von euch wahrscheinlich gar nicht mehr kennen. Speicher-Button klicken, beziehungsweise auf Datei speichern klicken. Und bitte keinen neuen Namen hier vergeben wollen beim Speichern. Der Name, der vergeben wurde, der ist vergeben. Punkt, da fährt die Eisenbahn drüber. Wenn man es ändern will, macht man das anders. Wie macht man das? Über Datei verwalten. Umbenennen. Kann man den Bauteil umbenennen. Bitte nicht im Dateiexplorer einfach Bauteile umbenennen. Schon gar nicht, wenn sie in Baugruppen oder Zeichnungen verbaut sind oder eben Zeichnungen davon schon abgeleitet sind. Es findet weder die Baugruppe den Bauteil noch die Zeichnung den Bauteil. Entsteht nur Chaos. Wenn sie einen Bauteil umbenennen wollen, achten sie darauf, dass die Baugruppe im Hintergrund geöffnet ist, wo sie eingebaut ist und die Zeichnung geöffnet ist, von der eine Zeichnung, also von dem quasi die Zeichnung abgeleitet wurde. So, wir selektieren die Vornebene. Erstellen eine Skizze. Er dreht mich wieder parallel zum Bildschirm her. Wir wollen jetzt hier dieses Dreieck skizzieren. Das heißt, wir brauchen diese Fläche und diese Fläche als Referenz, damit wir uns hier fangen können. Wir verdrehen den Bauteil wieder ganz leicht. Rechte Maustaste. Referenzen. Diese Fläche und diese Fläche. Diese Referenzen werden auch hier durch so strichlierte Linien gekennzeichnet. Sie können da eine unbegrenzte Anzahl an Referenzen wählen. Wenn Sie Referenzen wählen, die Sie dann tatsächlich gar nicht verwenden, wird beim Schließen Creo die automatisch weglöschen, weil es sagt, brauche ich nicht. Wir drehen wieder hier in die Skizzenansicht und rechte Maustaste zeichnen Linien. Ich starte wieder hier und lasse mich in diesem Schnittpunkt fangen. Nach rechts achten Sie wieder darauf, dass Sie nicht an dieser Mittenreferenz gefangen werden. Das wollen wir nicht. Fahr nach unten und schließe das Ganze. Achtung, jetzt hängt immer noch die Linie dabei, weil ich könnte ja noch weiterzeichnen. Mittlere Maustaste bricht den Befehl Linie einmalig ab. Ich könnte jetzt wieder neue Linien beginnen. Nochmaliger Klick auf die mittlere Maustaste bricht den Befehl zur Gänze ab. So, die Maße, wenn wir schauen, passen jetzt nicht ganz. Jetzt, wir wollen einmal bemaßen 10, einmal bemaßen 25. Tun wir das. Dieses Maß 12 hier bei mir, das passt schon. Doppelklick drauf, 10. Wenn Sie schauen, ändert sich auch die Farbe. Das wird schwarz, das heißt, das wird ein starkes Maß. Was? Crea wird, wenn Sie jetzt zu bemaßen beginnen, automatisch solche schwachen Maße wegnehmen, weil würde ich jetzt diese Höhe bemaßen und den Winkel bemaßen, wäre es überbemaßt und das lässt das System nicht zu. Ich klicke hier also auf Bemaßungen rechts oben oder rechte Maustaste, Bemaßungen. Was will ich bemaßen? Von dieser Linie zu diesem Punkt, dann stelle ich mich hierher mit der Maus und mit der mittleren Maustaste setze ich das Maß ab. Von Element zu Element und die mittlere Maustaste setzt das Maß ab. Ich glaube, es waren 20 Millimeter. Nein, es waren 25. Doppelklick. 25 Millimeter. Wir sind jetzt immer noch im Menü Bemaßung. Mittlere Maustaste bricht diese Bemaßung ab. Bemaßung ist fertiggestellt. Häkchen, rechte Maustaste. Häkchen, wie auch immer. Wir haben wieder unsere Skizze. Sollte jetzt jemand irgendwo so ins leere Feld hineinklicken, heißt das, die Skizze ist nicht mehr ausgewählt. Klicke ich jetzt auf Profil, weiß das System natürlich nicht, mit welcher Skizze soll ich was machen. Jetzt einfach entweder hier im Arbeitsfenster oder hier im Modellbaum die Skizze selektieren. Damit sind wir wieder bei der Erstellung des Profils. System schaltet automatisch auf Material entfernen um, weil es innerhalb des Bauteils die Skizze sich befindet. Wir wollen jetzt eine andere Tiefenbegrenzung verwenden. Am Ziehhändel kann ich hier rechte Maustaste sagen, wähle mir bis zu diesem Element, also bis Auswahl, bis zu dieser Fläche, schneid bitte durch. Und auf der zweiten Seite, entweder hier über Optionen oder rechte Maustaste, zweite Seite, bis Auswahl, bis hier hinten her. Also einmal definiere ich bis zu dieser Fläche und einmal definiere ich bis zu dieser Fläche. Somit ist die Tiefenbegrenzung auch eindeutig klar. Und so kann man auch Unterschiede, weil durch alles heißt, wenn hier zwischendrin irgendetwas gebaut wird, schneidet das System trotzdem über alles drüber. Wenn ich explizit nur bis zu einem bestimmten Element das machen möchte, dann wähle ich tatsächlich bis zu dieser Auswahl. Tun Sie das auf keinen Fall durch irgendwelche Maße begrenzen, weil wenn ich das mit Maßen begrenze, kann irgendwann einmal der Bauteil plötzlich ganz anders ausschauen. Mit OK bestätigen. Unser Bauteil ist fertig. Wir speichern. Entweder Datei speichern würde auch mit STRG S funktionieren. Modellabsicht. Parameter. Diesen Startteil sind viele Parameter bereits eingefügt, die im Schriftfeld in der Stückkiste dann verwendet werden. Wir gehen also hier auf Parameter. Diese Parameter finden Sie auch, wenn Sie den Bauteil neu beginnen. Wird ja ganz zu Beginn auch schon die Parameter angezeigt. So und wir werden jetzt einfach hier die wichtigsten Werte ausfüllen. Begutachter. Hier tragen Sie Ihren Lehrer ein. Benennung prismatisches WKST für prismatisches Werkstück. Dokumentenart. Ich habe hier rechts hinten auch teilweise über die Beschreibung der Felder dazugegeben. Dokumentenart wäre Fertigungszeichnung. Das kann man sich hier kopieren und hier einfügen. Erstelltatum bitte Tag, Tag, Monat, Jahr, weil sonst geht sich das nicht ganz aus. Es ist heute der zweite, dritte, 21. Sie schreiben hier Ihren Namen hinein. Bitte etwas kurz halten, weil so viel Platz hat man im Schriftfeld nicht. Herstellungstyp, wir haben hier verschiedene Herstellungstypen. Das heißt, Sie geben hier an, das wird ein spanend zu fertigender Bauteil, in dem Fall 1. Blechteile sind 2, Druckgusteile sind 5 und dergleichen. Hat den Sinn, dass man dann bei großen Baugruppen über vereinfachte Darstellungen hier die ganzen zu spanenden Bauteile sich herausglauben kann. Also 1, für das Herstellverfahren geben Sie hier Ihren Jahrgang ein. Dann die Norm für die Allgemeintoleranz ISO 2768 m, Groß Konrad. Die Norm für das Halbzeug ist EN ISO 10278. Wir verwenden hier einen blanken, blankgezogenen Stahl. Norm der Oberfläche ISO 1302. Und dann gehen wir noch die ISO 1101 an, obwohl wir sie derzeit noch nicht verwenden. Das ist die Angabe der Form- und Lagedoleranzen. Material müssen wir dann noch zuweisen. Zusatzbenennung Übung 1. Und das Zuschnittmaß des Halbzeuges, wir verwenden ein Flachmaterial. Flachmaterial 35 x 15 x 52 mm. Da habe ich nachgeschaut, das gibt es. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur die Länge auf 50 mm abfräsen und unsere zwei Ausschnitte machen und schon fertig ist der Bauteil. Mit OK bestätigen. Jetzt haben wir die ganzen Parameter befüllt. Brauchen wir noch ein Material. Ab Creo 7 und 5 glaube ich auch schon, haben wir hier Materialien. Zwei Varianten, drei Varianten, die zu ändern. Wir haben einmal im HTL-Register die Modelleigenschaften. Hier kommen wir über Material, über Ändern zu dem Material, zur Materialdatenbank. Das gleiche, wenn wir hier auf Materialien, rechte Maustaste Material editieren, kommen wir auch wieder hier zur Materialdatenbank. Beziehungsweise, dritte Variante zeige ich auch noch. Eigentlich wollen wir hier auf Datei vorbereiten, Modelleigenschaften. Und hier über Material zuweisen können wir wieder das Material ändern. Gehen wir mal einfach hier auf Stahl, unlegierter Baustahl und verwenden wir den Waldfeld- und Wiesenbaustahl S235. Entweder einen Doppelklick drauf oder rechte Maustaste zum Modell hinzufügen. Haben wir jetzt hier im Prinzip zwei Materialien. Das ist einmal unser Standardmaterial namens Material zuweisen und einmal S235. Man kann hier mehrere Materialien zuweisen. Warum? Weil man im Creo ab der Version C mehrere Körper einfügen kann und unterschiedliche Körper können unterschiedliche Materialien haben. Wir wollen aber den S235 als Master festlegen, also rechte Maustaste auf S235 als Master festlegen. Mit OK bestätigen. Und das Ganze mit OK anschließen. Die Fenster anschließen. Dann einmal Regenerieren, Steuerung G. Ich schalte jetzt hier oben auch auf das Register Modell um. Warum Regenerieren? Wenn Sie sich jetzt die Parameter anschauen, steht hier beim Werkstoff eingetragen. S235, das BTC Master Material bzw. das Material für den Werkstoff wird hier auch übernommen. Machen wir unseren Werkstoff hier unten. Das ist der Werkstoff, der dann bei uns tatsächlich in der Stückliste bzw. im Schriftfeld eingetragen wird. S235 mit S235. So, mit OK bestätigen. Wir speichern und über Datei neu, wir erstellen eine neue Zeichnung. Den Namen übernehmen wir aus dem Teil oder der Baugruppe. Das heißt, das Zeichnungsmodell steuert den Namen. Und dann brauchen wir hier nichts eingeben. Somit hat die Zeichnung denselben Namen wie das Modell. Sie unterscheiden sich nur durch die Dateieindung. Punkt PRD für den Bauteil und Punkt DRW für das Drawing für die Zeichnung. Mit OK bestätigen. Jetzt brauchen wir, kontrollieren hier noch einmal, von diesem Bauteil wird die Zeichnung erstellt. Und wir wollen jetzt hier mit Leer mit Formatierung einen vorgefertigten Rahmen verwenden. Wir klicken also hier auf Leer mit Formatierung. Gehen auf Durchsuchen. Und das sind unsere Zeichnungsrahmen. Für Bauteile verwenden Sie immer den Fertigungsrahmen in der jeweiligen Größe. Und für Baugruppen verwenden Sie bitte den Baugruppenrahmen. Das Stückle einzeilig ist eine abgespeckte Stückliste, aber da kommen wir dann dazu, wenn es um die Baugruppen geht. Ich verwende also den A4 Fertigungsrahmen. Öffnen mit OK bestätigen. Das ist unser Rahmen inklusive Schriftfeld. Wenn Sie sich den anschauen, der ist fixfertig ausgefüllt. Hier sind die ganzen Parameter eingetragen. Das brauchen Sie nicht angreifen. Achtung, Sie verändern auch tatsächlich hier nicht das Schriftstil, wenn Sie etwas eintragen, sondern den dahinterliegenden Parameter. Wir sind hier im Register Layout in der Zeichnung. Wir wollen hier eine neue Basisansicht erstellen. Erstellen, also entweder hier oben Basisansicht oder rechte Maustaste eine neue Basisansicht einfügen. Wo möchte ich sie haben? Hier möchte ich sie haben. Dann haben wir hier rechts die Möglichkeit, das zu orientieren. Und wir wissen, wir haben ja in die Vornebene hineingezeichnet. Also müsste eigentlich die Vorneansicht unserer Vorderansicht entsprechen. Machen wir einen Doppelklick drauf. Passt. Die Ansicht wurde hier richtig orientiert. Mit OK bestätigen. Achtung, beim Maßstab, es wird der Standardblattmaßstab des Blattes verwendet. Für alle Ansichten, die Sie einfügen, mit Ausnahme von Detailansichten oder 3D-Ansichten. Ab und zu kann es auch vorkommen, dass man einen Schnitt in einem anderen Maßstab als den Blattmaßstab einfügt. Und der Blattmaßstab kann hier unten verändert werden. Sollte ich das also größer oder kleiner machen wollen, einen Doppelklick auf den Maßstab. Und dann kann ich zum Beispiel auch 2 eingeben. Und dann ändern sich alle Ansichten am Blatt mit. Doppelklick. Maßstab 1 zu 1. Bezugsebenen blenden wir aus. Positionieren Sie das da so einigermaßen. Ein bisschen im linken oberen Eck. Und wenn Sie jetzt auf diese Ansicht draufklicken, haben Sie die Möglichkeit, Projektionen zu erstellen. Ich möchte also eine Projektion hier auf die rechte Seite. Wir schauen also den Bauteil hier von links an und projizieren ihn auf die rechte Seite. Ich selektiere wieder meine Basisansicht, wähle Projektionsansicht erstellen und projiziere nach unten. Sie haben also die Möglichkeit, in die einzelnen Projektionsrichtungen zu projizieren. Nach unten. Das sind unsere drei Ansichten. In der unteren hätten wir noch gerne die verdeckte Kante hier. Das heißt, einen Doppelklick auf die Ansicht drauf und Ansichtsdarstellung umschalten auf verdeckte Kanten. Mit OK bestätigen. Bitte nur verdeckte Kanten dort einzeichnen, wo unbedingt notwendig. Ansonsten werden wir sie prinzipiell weglassen. Jetzt wollen wir das Ganze noch bemaßen. Jetzt ziehen wir das ein bisschen weiter nach rechts. Ich möchte jetzt alle Maße von diesem Bauteil mir hier anzeigen lassen. Wählen wir gleich Anmerkungen erstellen. Das Rippen Anmerkungen erstellen. Und hier gibt es die Modellanmerkungen. Einmal hier oben im Menü. Oder rechte Maustaste Modellanmerkungen zeigen. Ich klicke hier Modellanmerkungen zeigen. Jetzt ist die Frage von was. Wenn Sie hier auf die Ansicht drauf gehen, dann wird hier diese ganze Ansicht so dargestellt. Und dann weiß ich, jetzt geht es um die ganze Ansicht. Klickt es an. Und er zeigt, alle Maße, die ich im Skizzierer verwendet habe, die für diese Ansicht Sinn machen, werden angezeigt. Und hier rechts mit dem Häkchen hier unten wähle ich alle aus. Und ich sage, ich möchte alle diese Bemaßungen hier anzeigen lassen. Mit Anwenden führt das aus. Und ich kann schon die nächste verwenden. Warum die nächste? Was er hier natürlich nicht darstellen kann, ist die Breite. Wenn ich also diese Grundansicht, den Grundriss noch anwähle, wird auch die Breite von 15 Millimetern angezeigt. Häkchen, alle sollen selektiert werden. Anwenden, wenn ich mir nicht sicher bin, kann ich gerne noch die Seitenansicht selektieren. Aber jetzt hat es keinen Sinn mehr. Alle Maße sind gezeigt. Maße sind gezeigt. Jetzt wollen wir die natürlich noch sauber ordnen. Wir selektieren die ganze Ansicht. Achten wieder, dass die Ansicht hier markiert wird. Ich fahre mit der Maus da so her, bis das gehighlightet wird. Selektiere die Ansicht. Rechte Maustaste, bisschen oben bleiben. Und Bemaßungen bereinigen. Damit kann ich diese Maße automatisch anordnen. Erster Wert Versatz von der Körperkante. Zweiter Wert Maße untereinander. Erster Wert 10 Millimeter. Untereinander 8 Millimeter. Anwenden, schließen. Dasselbe machen wir hier herunten. Rechte Maustaste, also zuerst selektieren die Ansicht. Rechte Maustaste. Bemaßungen bereinigen. 10 Millimeter, 8 Millimeter. Es ist auch automatisch eingestellt, dass Einrastlinien erzeugt werden. Da kann man sich daran auch noch orientieren. Später auch ein bisschen verschieben. Mit Anwenden und Schließen wurden auch die herunteren Maße geordnet. Was müssen wir jetzt noch tun? Wir sehen hier die Maßhilfslinie von diesem Maß 10. Das sollte man noch herunterführen. Das heißt, ich wähle das Maß. Stelle mich ans Ende. Dann kommt so ein Punkt und kann diese Maßhilfslinie nach unten ziehen. Dasselbe mache ich mit dem Maß 25. Selektieren, ans Ende der Maßhilfslinie fahren und einfach verlängern. Maß 20 ans Ende fahren und verlängern. Die Zeichnung ist soweit fertig. Das Maß 10 kann man jetzt diskutieren. Will man die Maßpfeile nach innen schalten? Will man sie doch außen lassen? Das ist der Grenzfall 10. Sie könnten es auf alle Fälle umschalten, wenn Sie das Maß selektieren, haben Sie hier oben die Möglichkeit, mit diesem Icon die Pfeile umzudrehen. Ich werde es jetzt einmal nach innen schalten. 50 mal 35, 10 mal 20. Sie können das Maß 10 auch zum Beispiel hier auf die linke Seite herschieben. Macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Und das Maß 50 ordne ich jetzt dann noch ein bisschen weiter herein. Speichern, bitte niemals hier versuchen einen anderen Namen zu vergeben. Wie gesagt umbenennen, tun wir anders. Mit OK bestätigen. Was wollen wir jetzt noch machen? Wir wollen natürlich hier eine schöne 3D-Ansicht auf das Blatt. Wie wechseln wir jetzt die Fenstern hier oben? Haben Sie das Icon Fenstern wechseln? Und ich gehe auf den Bauteil. Sie drehen sich den Bauteil so hin, wie Sie ihn gern hätten. Und ich zeige Ihnen, wie Sie das jetzt mal prinzipiell machen. Und es gibt natürlich auch einen Map Key dafür, dass das ein bisschen schneller geht. Aber wir öffnen den Ansichtsmanager. Gehen hier auf Orientieren. Und erstellen über Neu eine neue Ansicht. Ich nenne sie 3D-DRW, also die 3D-Ansicht für das Drawing. Mittlere Maustaste bzw. Enter-Taste bestätigt. Schließen. Und wenn Sie jetzt hier oben die Ansichten aufblättern, sehen Sie, haben wir hier eine neue 3D-Ansicht erstellt. Wenn ich jetzt das Bauteil irgendwie verdrehe, aufblättere meine 3D-DRW, schiebt der Drehter das Ganze in diese definierte Ansicht. Und diese blenden wir in der Zeichnung ein. Wir wechseln wieder hier oben auf die Zeichnung, blättern auf Register Layout hier oben. Und erstellen wieder eine neue Basis-Ansicht. Entweder Basis-Ansicht hier oben oder rechte Maustaste. Basis-Ansicht erstellen. Wohin? Die linke Maustaste setzt die Ansicht ab. Und ich wähle jetzt hier meine 3D-DRW als Ansicht aus. Wir können auf Anwenden klicken. Und die möchte ich jetzt aber ein bisschen kleiner machen. Jetzt darf ich den Maßstab verändern. Ich wähle hier also einen benutzerdefinierten Maßstab. Und geben wir hier ein 0.5. Sie könnten auch hier die Ansichtsdarstellung ändern, indem wir hier auf Ansichtsdarstellung und Schattierung mit Kanten gehen. Dann haben wir hier das Schattiert dargestellt. Ist natürlich jetzt beim Schwarz-Weiß-Drucker vielleicht nicht unbedingt so gescheit. Was wir auf alle Fälle tun, den Maßstab hier selektieren wir und löschen wir raus. Weil, brauchen wir nicht. Vor allem hier können Sie auch Maßstäbe verwenden, die außerhalb der Norm sind. Ansonsten bitte nur genormte Maßstäbe verwenden. Wir speichern. Bauteil ist fertiggestellt. Wie kann ich das jetzt sinnvoll ausdrucken? Man kann hier ein PDF davon generieren, indem man einerseits sich hier dieses Icons bedient. PDF ist wieder ein Icon, welches wir hier hinzugefügt haben. Oder über Datei Speichern als Exportieren wähle ich das PDF-Format. Bei den Einstellungen sage ich bitte nur einfarbig, also nur mehr oder weniger schwarz drucken. Hier könnten Sie noch die Auflösung umändern. Und mit Exportieren wird in das aktuelle Arbeitsverzeichnis das PDF-Dokument ausgeschrieben. Und Sie haben Ihre erste Zeichnung erstellt, ein PDF erstellt. Dieses können Sie dann bitte aufpassen im Maßstab 1 zu 1 ausdrucken. Wir schließen dieses Export-Setup. Speichern noch einmal ab. Wollen Sie diese Zeichnung inklusive dem Bauteil jetzt über bei uns zum Beispiel Moodle abgeben, braucht man zur Zeichnung unbedingt den Bauteil oder die ganze Baugruppe mit allen Bauteilen dazu. Ansonsten kann man die Zeichnung nicht öffnen. Also nur das DRW alleine ist viel zu wenig. Wie macht man das am besten? Sie sind in der Zeichnung. Über Datei Speichern als Sicherung Speichern. Wählen wir jetzt einen neuen Ordner. Rechte Maustaste Neuer Ordner. Ich nenne das jetzt Sicherung Uebung 1. Und mit OK speichert jetzt Creo in diesen Ordner Sicherung Uebung 1 die Zeichnung. Damit er die Zeichnung aber aufmachen kann, braucht er den Bauteil dazu. Es wird also der Bauteil mit abgespeichert. Und der Rahmen, weil auch der Rahmen wird benötigt, um das zu öffnen. Ich habe also die Zeichnung gespeichert. Mit ihr mit wurde der Bauteil und der Zeichnungsrahmen abgespeichert. Diesen Ordner Sicherung Uebung 1 sollten Sie mit Ihrem Namen umbenennen. Ich würde mal vorschlagen, Nachname, Vorname, Übung 1. Diesen dann rechte Maustaste. Entweder haben Sie ein Zip-Tool, so wie in meinem Fall 7-Zip. Oder Sie können aber auch ganz einfach senden an Zip-komprimierten Ordner. Das ist eine Windows-Funktionalität. Und es wird der Ordner gezippt. Und das laden Sie in Moodle für die Abgabe hoch. Soviel zur Einführung und zum Bauteil 1. Soviel zur Einführung und zum Bauteil 1. Soviel zur Einführung und zum Bauteil 1.